Funtas, kurz und da ist er, jetzt ist er drinnen! Kara, 1 zu 0, 32. Minute. Ganz wichtig, also zum ersten Mal richtig gefährlich geworden, da vor dem Lockgehäuse und im zweiten, dritten Nachstechen ist Händja bezwungen und ja, Kuhl nimmt das zur Kenntnis. Es hat eine gute halbe Stunde gedauert. So, Arase für Funtas, guter Pass, einmal durch die Beine, den hat er noch, den von Arase auch noch, aber der dritte, der nicht mehr. Er-Chan Kara macht bei seinem Europa Cup-Debüt auch gleich sein erstes Tor für Rapid. 32. Minute, 1 zu 0 für die Hütteldorfer. Murg, den bringt er aufs Tor, aber noch zu zentral. Arase. Aufgepasst, der Nächste, der sich da anstellt, Leo Greimel. So, jetzt haben wir schon Verwarnungen in kurzer Zeit für Ljubicic, für Hoffmann und für Leo Greimel. Und alle drei gelben Karten in der Form wirklich unnötig, nicht in einem Gefahrenbereich, nicht notwendig, um da einen tricky Angriff zu unterbinden. Und wieder Thomas Murg. Viel Effet. Ullmann. Oh, da geht an allen vorbei und Fass ist er drin. Und noch einmal, und jetzt ist diese Möglichkeit dahin. Stankowitsch für Ullmann und nächster Eckball von der anderen Seite. So, schauen wir mal genauer, da war zuerst hier die Faustabwehr. Ullmann an allem vorbei, durch, beinahe schlüpft er durch. Dann ist es Funtas, aber der bekommt zu wenig Druck auf den Ball. Das hier durch die Beine von allen und da hält es ihn beinahe erwischt. Grunoslav Fendja.